herzlich willkommen zurück zu rayman legends wir spielen flug der kröte ich bin mal gespannt was uns hier erwartet erster eindruck ist gut schaut schon mal nice aus so gute frage ist der ein weiser alter kleinling oder ein kleiner alter böser okay das mit der faust hat mir schon mal achtung sagt da können wir noch das mitnehmen er spielt sich schon mal schön hier macht spaß weiter immer weiter wir müssen gar nicht landen so wie es ausschaut einfach weiterfliegen sehr gut schau mal irgendwas bestimmt noch ein geheimgang den wir schon verpasst da ist doch einer da geht es gar nicht rein ob man hat mich gehört ja so ist es bei mir immer ich irre mich ab und zu kommt aber nicht oft vor ja sehr schön das ist auch noch für uns wir landen ist aber viel feuer auf einmal der sommer geschafft sammeln wo jeder muss aufpassen da müssen wir aufpassen da muss aufpassen hat die können auch so fertig machen oder das geht nicht und aber den burschen weiter geht's aha weiter runter sollten wir glaube ich nicht was da passiert sehr schön noch einen kleinling befreit und weiter geht's blume einsammeln und dann geht's doch mal zurück haben wir noch den pilz haben oder weg ist er und nach oben und nach oben weiter geht's nicht ich suche irgendwo noch so ein secret wo mal rein können aber wahrscheinlich bin ich schon an zwei dreien vorbeigeflogen macht nix schauen wir mal ist da noch irgendwas ich suche ich suche ich finde nichts weiter geht's den hammer und da rein fliegen wir so rum ist einfacher auch das haben wir geschafft ich gucke mal nach oben halt da ist es sind überall diese balkone aber da ich glaube die sind nur zu deko oh was da kriegen wir den kleinen burschen ich glaube hier sind wir richtig sehr schön schaut sehr stürmisch hier aus noch mal darunter oder da war es doch oder ja soll ich mir gar nicht ganz sicher das probieren noch mal und rein da okay das ging ja schnell verdammte axt wie soll ich denn das das ist ja sauschwer also hört mal auf noch mal muss ich ihn da machen muss der alles abschießen was auf mich zukommt oder nein es geht ja gar nicht alles abzuschießen aber einmal probieren wir es noch habe ich da irgendwo ein denkfehler drin ich fliege jetzt einfach mal drauf los ich kann gar nicht da großartig weg oder ich weiß nicht was soll ich denn hier machen also jetzt will ich es aber wissen einmal machen wir es noch will ja hier nicht die zeit unnötig verschwenden okay wenn ich jetzt hoch was passiert okay ich bin anscheinend zu blöd da habe ich schon gefunden aber ich krieg's nicht auf die reihe dann spielen wir lieber das was ein bisschen besser klappt was hätten wir denn das das werde ich mir noch mal in ruhe anschauen was da zu erledigen ist aber das lief ja glaube ich jetzt drei viermal richtig beschissen okay weiter geht es immer weiter immer weiter da können wir hoch vielleicht haben wir da mehr glück ja damals etwas mehr glück runter rutschen ui vorsicht da müssen wir aufpassen müssen wir unseren eishandschuh schießen das hammer ist auch weg ei ei vorsicht da ist mir schon ein leben zerplatzt den haben wir auch vorsichtig hoch auch geschafft hoch jawohl also hier geht es ganz schön ab jetzt aber zwar flach dass uns nichts passiert das gemüse zerstören und dann geht es schon weiter da müssen wir runter oder ja 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 vorsicht aber das ist ja wie so ein spiel sowie hießen die denn die alten dinger da wo es der neue wo es der magel neigeworfen hast hier ach keine ahnung gab es glaube ich auch im nintendo hier ich weiß nicht mehr wie es ist schon so lange her hier ist schon so lange her so weiter fliegen mal oder müssen wir aufpassen oder so sehr aufpassen frisst uns die pflanze hier gleich oder wie ist das nicht und durch und dann geht es wahrscheinlich hier runter oder ja wo noch ein secret nachdem das letzte schon so dermaßen beschissen lief weil ich schon gar nicht was ich hier machen soll aha der wind der treibt uns hat sie soll das gehen noch mal achtung da also also wenn ich da jetzt hoch spring ach jetzt verstehe ich ich muss auf die babbeln springen dass ich weiterkommen okay das 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 können wir ausprobieren jetzt hat okay okay ich glaube das ist mir zu blöd ich glaube das mit zu blöd das level fährt läuft so schön also nochmal da drauf okay das ist nichts für mich so spät am abend wir spielen regulär weiter das läuft besser wo müssen wir da hin da hoch ja gegner platt gemacht ja das ist hier schon eher meins achtung oh ich bin nicht zerquetscht wie gibt es denn sowas okay wie läuft das achtung so noch ein stück drunter jetzt haben wir einen befreit sehr gut weiter geht's wir fliegen durch das level sehr gut okay das hätte es nicht sein müssen sagt achtung volle konzentration wir fliegen nach oben oh was ist denn hier los das sind ja hier kleinling suchende feuerstrahle strähle wolken bälle schon wieder achtung ich musste erstmal alle abkassieren nein okay planänderung okay wir fliegen jetzt nur noch langsame strecken da geht es schon weiter das das war jetzt mehr glück oh ich glaub's nicht wie cool ich freue mich wir haben das level schon geschafft und das sind circa zehn minuten bei den secrets habe ich so mega verdödelt aber egal ja schön dass ihr wieder dabei wart wenn es euch gefallen hat zieht euch die nächste folge rein bis dann ciao ciao